Die Kanzlergattin Katharina Nehammer hat einen neuen Job. Sie übernahm die Funktion des COO des Wiener Agrarverlags, der Fachmagazine wie Holzkurier, Pferderevue oder der Winzer herausgibt. Der Verlag gehört seit ein paar Monaten zum Raiffeisenkonzern. Davor gehörte dieser zum Niederösterreichischen Bauernbund. Nach der Übernahme wurde er teilweise neu organisiert. Nehammer ist mit der operativen Führung des Verlages und Werbemittelanbieter im Besitz des Raiffeisenkonzerns betraut. Kathi Nehammer gilt als die einflussreichste Beraterin ihres Ehemanns. Das deutsche Magazin Spiegel bezeichnete sie in der Vergangenheit sogar als Schattenkanzlerin. Mit Kathi Nehammer holte sich der Agrarverlag eine erfahrene Kommunikationsexpertin an Bord. Die Tochter des ehemaligen ORF-Fernsehmoderators Peter Niedetzki begann ihre Karriere ebenfalls beim öffentlich-rechtlichen Sender. Ehe sie zum damaligen Fernsehsender PULS-TV wechselte. Nachdem sie beim Wahlkampf der ÖVP-Präsidentschaftskandidatin Benita Ferreiro-Waldner im Jahr 2004 geholfen hatte, wechselte sie in die Politik und arbeitete im Außenministerium unter Sebastian Kurz. Nachdem sie als Pressesprecherin des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotka tätig war, führte sie ihr weiterer Weg in das Kabinett von Verteidigungsministerin Claudia Tanner.